Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie auch recht herzlich. Anjes Tjaak, Senator für Verkehr und Mobilitätswende, eben angekündigt. Ich gucke noch mal, da kommt meine Präsentation und ich würde Sie gerne einmal ein paar Minuten entführen dürfen in die Mobilitätswelt einer deutschen Großstadt und ein paar Dinge, die man jetzt auf Hamburger Folien sieht, aber vielleicht auch ein paar Ableitungen für Deutschland und auch für Europa, was wir tun müssen, um die Mobilität in unserem Land voranzubringen, aber auch die Mobilitätswende. Und deswegen habe ich Ihnen als erstes Mal, das können Sie alles nicht im Detail erkennen, ist auch nicht ganz so wichtig auf dieser kleinen Folie. Es ist vielleicht so, ich habe Ihnen, das ist eine Baustellenfolie oder eine Infrastruktur, was müssen wir tun in den nächsten zehn Jahren Folie und zwar nur ein kleiner Ausschnitt. Und Sie müssen das gar nicht im Detail wissen, aber ich möchte Ihnen nur sagen, Hamburg hat 2500 Brücken. Wir sind immer sehr stolz darauf, dass wir mehr Brücken als Amsterdam und Venedig zusammen haben. Aber wenn Sie sich das einfach nur vorstellen, jede Brücke hält in 100 Jahre, was sie nicht tut, heißt es, wir müssen jede zehn Jahre 250 Brücken neu machen. Und das bedeutet für die Stadt Hamburg in den nächsten zehn Jahren oder nächsten 15 Jahren elf neue Elbbrücken. Oder für die Bundesrepublik Deutschland. Und das soll Ihnen nur einen kleinen Eindruck davon geben, dass wir ehrlicherweise, und das sagen Ihnen viele, aber viel schneller werden müssen in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Und ich möchte deswegen Ihnen das Botschaft nicht nur hinterlassen heute hier, wir müssen viel schneller werden in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten, sondern als zweites möchte ich Ihnen sagen, die Diskussionen, die auf Bundesebene über die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten geführt werden, haben häufig nur einen sehr kleinen Ausschnitt von dem, was man tatsächlich tun muss. Weil in der politischen Debatte verengt sich das schnell auf die Frage, wie behindern Umweltverbände die Planung. Die tatsächliche Problematik sind aber eine ganz andere. Die erste Problematik ist, wir brauchen mehr Geld. Man kann die Infrastruktur nicht in Deutschland mit weniger Geld sanieren. Es ist wirklich Blödsinn. Und deswegen ist die Debatte, der Bundesverkehrsminister war ja gestern hier, die er angestoßen hat über einen Verkehrsinfrastrukturfonds oder überhaupt einen Infrastrukturfonds, eine ganz entscheidende Frage. Wenn wir wollen, dass wir eine bessere Bahn haben wollen, wenn wir wollen, dass 27.000 Autobahnbrücken und 11 neue Elbbrücken in Hamburg Realität werden, beziehungsweise die instand gehalten werden, dann müssen wir mehr Geld investieren. Finanzierungsbeschleunigung ist eine der zentralen Fragen, Planungsbeschleunigung auch, aber auch die Umsetzungsbeschleunigung. Das heißt, wir müssen über die Themen reden und sie tatsächlich machen. Der zweite Punkt ist, ich habe Ihnen mal die Entwicklung der Modelsplit-Werte aus Hamburg mitgebracht. Die drei linken Balken, das sind tatsächlich gemessene Modelsplit-Werte, also von 2008, 2017 und 2022. Rot, das ist das Auto. Das heißt, Sie sehen, die Mobilitätswende zumindest in Hamburg als der zweitgrößten deutschen Stadt findet statt. Und ich kann Ihnen auch andere Zahlen zeigen, die sagen, seit dem Jahr 2000, also seit einem Vierteljahrhundert, ist der Verkehr auf Hamburgs Stadtstraßen, also der Autoverkehr, rückläufig. Und obwohl wir 10 Prozent mehr Einwohner haben, haben wir mehr ÖPNV-Verkehr, mehr Fahrradverkehr, aber einen rückläufigen Autoverkehr. Das hat sich durch Corona nochmal maßgeblich beschleunigt. Und das ist eine faszinierende, wie verrückte und für die Verkehrspolitik auch ein bisschen niederschmetternde Erkenntnis zugleich, weil nämlich die größte Veränderung der letzten 20 Jahre im Mobilitätsverhalten in Deutschland hat nicht die Verkehrspolitik herbeigeführt, sondern die Corona-Pandemie und das damit verbundene Homeoffice. Also eine kulturelle Veränderung der Arbeitswelt hat zu der maßgeblich wichtigsten Veränderung in der Verkehrspolitik geführt. Die Mobilitätswende wird aber in Hamburg und in vielen anderen deutschen Städten findet die tatsächlich statt. Man kann trotzdem beklagen, man hat zu viele Autos und ich würde das auch sagen in der Stadt, aber es ist erstmal so, dass das passiert. Der dritte Punkt, den ich Ihnen hinterlassen möchte, ist, Sie müssen das alles nicht im Detail verstehen, aber das alles, was hier farbig markiert ist, das sind die Ausbauvorhaben im Schnellbahnbau der Freien Hansestadt Hamburg, die alle in Planung und oder Realisierung sind. Also das sind nicht irgendwelche, ich sag mal, Striche auf einer Landkarte wie, Gott lass es mir nachsehen, Rheintalbahn, die seit 60 Jahren geplant wird und noch 40 weitere Jahre braucht, bis sie dann irgendwann mal fertig sind, sondern das sind Themen, die sind im Bau. Wir haben den Anspruch, 36 neue Bahnhöfe bis 2040 in Hamburg zu bauen und zwar Bahnhöfe, das meint natürlich UNS-Bahnstationen, hat aber eine hohe Frequenz mit Passagierzahlen bis zu 100.000 Menschen pro Tag. Diese, wir würden sagen karamellfarbene Linie, Sie könnten auch sagen kackbraune Linie in der Mitte, die U5, die soll 16 Milliarden Euro kosten, sie wird aber auch 100 Millionen Menschen transportieren. Und wir haben aufgrund der langen Planungszeiten in Deutschland ein bisschen vergessen, dass eine Veränderung in der Infrastruktur tatsächlich eine Veränderung im Verkehrsverhalten nach sich zieht. Dafür müssen wir die aber bauen. Dadurch, dass München-Berlin als ICE-Strecke gebaut worden ist, haben wir da tatsächlich weniger Flüge. Dadurch, dass Hamburg-Berlin als ICE-Strecke extrem gut funktioniert, haben wir da keinen Flugverkehr mehr. Und wenn wir eine neue U-Bahn bauen, zum Beispiel in Hamburg, wird es das Gesicht unserer Stadt maßgeblich verändern. Wir machen das aber nicht mehr in Deutschland in einem großen Umfang oder nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre. Wenn wir ambitioniert investieren würden, da sind wir wieder beim Thema Geld und Finanzierungssicherheit, hätten wir auch einen anderen Verkehr, aber wir müssen es auch tun. Die nächste Botschaft, die ich Ihnen überbringen möchte, ist, das ist Bestandsnetz unseres Schnellbahnausbaus und wir reden dann gerne über Ausbau und dabei vergessen wir es auch für Politiker, wenn ich das mal so sagen darf, nicht ganz so interessant, weil sie können keine Bänder durchschneiden. Wir dürfen unsere Bestandsinfrastruktur nicht vergessen. So und ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich Ihnen sage, bei 60 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn, kommt es ja nichts davon, dass die Deutsche Bahn nicht weiß, wie man Zugverkehr organisiert, sondern dass das Netz, übersetzt gesagt, in einem zu alten, zu kleinen Zustand für zu viele Züge ist. Und man könnte auch sagen, in Teilen ist es in einem miserablen Zustand. Und deswegen, wir dürfen die Bestandsinfrastruktur nicht vergessen. Wir haben dieser Tage die Verhandlung über das Bundesschienenwegeausbaugesetz zwischen Bund und Ländern. Es wäre das erste Mal seit ungefähr zwei Jahrzehnten, dass der Bund sagt, ich investiere wieder in einem großen Umfang in die Bestandsinfrastruktur der Deutschen Bahn und ich ändere maßgebliche Parameter in der Netzentwicklung, was zum Beispiel Aufwandsförderung angeht, was wir unbedingt brauchen, weil so weitermachen wie bisher können wir nicht. Dann kommt das Zukunftsthema. Das Thema, wir sind eine Stadt, also wenn Sie jetzt mal die vier großen deutschsprachigen Städte vergleichen, nämlich München, Berlin, Hamburg und Wien. Dann ist Hamburg am leichtesten mit Wien vergleichbar, weil wir nämlich von der Einwohnerzahl her ungefähr gleich groß sind. Die Wiener würden sagen, sie sind ein bisschen größer, aber das sei mal dahingestellt. Es gibt aber ein paar Unterschiede und der Unterschied ist unter anderem folgender, dass nämlich die Netzabdeckung im Schnellbahnausbau in Wien besser ist als in Hamburg. Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist, Wien ist von der Fläche her viel kompakter gebaut und das bedeutet, wenn Sie Verkehrspolitik angucken, müssen Sie Siedlungsentwicklung mit betrachten. Wenn Sie eine Siedlungsentwicklung per se fördern, die die Fläche eines Landes zersiedelt, können Sie viel schwieriger ein unromantisches Massentransportmittel wie den öffentlichen Nahverkehr etablieren, weil Sie dafür nämlich eine gewisse Masse brauchen, die Sie transportieren wollen. Das zweite Thema ist, die Österreicher sind einfach viel besser daran gewesen, den Streit um den öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu entpolitisieren. Nämlich zu sagen, eigentlich ist egal, wer bei uns regiert, also nicht egal ist es nicht, aber sozusagen für die Frage des Ausbaus öffentlichen Nahverkehrs sind sich alle Parteien einig, sie machen es tatsächlich. Und es ist auch ein großes Erfolgsrezept, irgendwann, nicht am Anfang, aber irgendwann in den Niederlanden und auch in Dänemark gewesen, dass auch der Streit um den Radverkehr im Übrigen entpolitisiert worden ist, weil alle erkannt haben, es bringt einen Vorteil. In dem Moment, in dem die eine Hälfte des politischen Spektrums sagt, das wollen wir nicht und die andere sagt, das wollen wir doch, können Sie sich sehr leicht ausmalen, dass beim Regierungswechsel wichtige Programme einfach nicht mehr stattfinden. Und deswegen kommen wir dann auch nicht voran. Deswegen ist es eine große Werbung, den Streit zu entpolitisieren. Und was hat das jetzt alles mit diesem Bild zu tun? Wir haben als Stadt Hamburg uns trotzdem, obwohl wir eine Stadt sind, die, sagen wir mal für eine Großstadt, eine nicht so hohe Siedlungsdichte aufweist, gesagt, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr in der Fläche verbessern. Und das können Sie nur dann tun, wenn Sie die Kosten pro Kilometer reduzieren. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und die Kosten pro Kilometer aus Sicht der Stadt oder einer Kommune reduzieren sich ja immer dann, wenn Sie eine höhere Siedlungsdichte haben. Also sprich, der Meter Straße, der Meter Fernwärme, der Meter Wasser, der Meter Gas, der Meter ÖPNV kostet in einem Einfamilienhausgebiet einfach viel mehr pro Person als in einem verdichteten Wohnquartier. Deswegen Siedlungsfläche und ÖPNV zusammendenken, Komma. Und trotzdem haben wir Probleme, weil wir ein großes Einfamilienhausgebiet sind in Hamburg. Wie geht das also? Das geht nur dann, wenn Sie letztlich die Kosten pro Kilometer senken und dann sind wir beim Thema autonomes Fahren. 60 Prozent der Kilometerkosten eines On-Demand-Shuttles entstehen durch den Fahrer. Und gleichzeitig ist das Personalthema nicht nur das größte Risiko im öffentlichen Nahverkehr in Bezug auf die Kosten, sondern auch auf die Verfügbarkeit. Die Stadt Berlin hat, glaube ich, gerade sechs Prozent seiner Leistung abbestellt im Busverkehr, weil nicht genug Fahrerinnen und Fahrer da sind, beziehungsweise von der BVG gebunden werden können. Und das ist natürlich ein riesiges Thema, was nach vorn heraus viel, viel größer ist. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich will, dass ich den öffentlichen Nahverkehr verbessere, komme ich um die Frage des autonomen Fahrens nicht herum. Und deswegen einfach nur, weil das autonome Fahren, da ist sozusagen, wird sehr viel drüber geredet und sehr viele Menschen haben sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Und lange Zeit hat man gesagt, es kommt morgen früh und dann kam es nicht. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nur mal sagen, was ist der Plan in Hamburg? Wir arbeiten dort mit Volkswagen zusammen. Aktuell fahren diese Busse, die Sie da in der Mitte sehen, das ist der Volkswagen ID.Bus, die fahren autonom durch die innere Stadt, also auch durch die Straßen, die man so gemeinhin als den Endgegner für das autonome Fahren betrachten würde. Das ist in Hamburg zum Beispiel die Jahresstraße. Noch mit Sicherheitsfahrer. Wir werden das in einem Ridepooling-Verkehr dieses Jahr öffnen für noch eine geschlossene Nutzergruppe, weil sie das in Deutschland nicht anders dürfen. Und haben dann das Ziel, oder Volkswagen hat das Ziel, dieses Fahrzeug mit autonomen Fahrfunktionen in 2027 in Serie zu produzieren. Und das eine ist, sie beherrschen das autonome Fahren. Und das andere ist, sie können es am Ende auch massentauglich produzieren. Das sind zwei unterschiedliche Purschuhe. Waymo in den USA beherrscht sehr gut das autonome Fahren, aber Google baut jetzt kein Auto. Also sie müssen es auch noch massentauglich haben. Und deswegen ist das ein Thema, was uns sehr umtreibt und was uns sehr wohl helfen wird, den öffentlichen Nahverkehr in die Fläche der Stadt Hamburg besser zu bringen. Das Deutschland-Ticket. Herr Wissing war ja gestern auch hier. Aus meiner Sicht nicht nur ein sehr großer Erfolg in vielerlei Hinsicht. Ich möchte nur auf zwei Aspekte hinweisen. Der erste Aspekt ist, nur damit man das für uns mal versteht. Und wir hatten vorher, das sehen Sie hier auf der Chart, den Abo-Höchststand im HVV waren so knapp 800.000 Menschen, 786.000 Menschen. Wir verkaufen, haben jetzt 1,1 Millionen Abo-Tickets verkauft. Das bedeutet, in meiner Stadt haben jetzt 43 Prozent der Bevölkerung ein Abo. Dann ist der öffentliche Nahverkehr tatsächlich ein Volksverkehrsmittel, weil er nämlich für sehr viele Leute zugänglich ist. Und wir haben durch das Deutschland-Ticket und die damit einhergehende Preissenkung 400.000 zusätzliche Kunden nach der Corona-Pandemie gewonnen, was sehr, sehr gut ist. Und der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, das Deutschland-Ticket ist, weil ja alle immer über Bürokratieabbau reden, aber niemand sagt, wo man die Bürokratie abbauen soll. Und die meisten es auch nicht hinkriegen, ist gelebte Bürokratieabbau. Und zwar in ganz vielen Dimensionen, dass ich heute, als ich heute Morgen vom Hauptbahnhof hierher gefahren bin, mir nicht mehr Gedanken machen musste, was ich für ein Ticket kaufen möchte. Aber auch in der Tatsache, dass das Ticket, das hat der Bundesminister gestern gesagt, viel digitaler wird. Weil wir natürlich nach vorne heraus, wenn wir ehrlich sind, überhaupt kein Papierfahrschein mehr im öffentlichen Nahverkehr, übrigens auch nicht im Einzelverkehr, also auch nicht, wenn Sie im Bus gehen und irgendwas kaufen, mehr verkaufen dürfen. Letzter Punkt, weil Sie über die Frage, das ist ja eine Frage, die auch Ihre Studie sehr stark angesprochen hat, gesprochen haben. Wie ist das mit der Verteilung des Verkehrsraums? Der Verkehrsraum in allen deutschen Städten, um es ganz deutlich zu sagen, ist nicht adäquat verteilt, wenn Sie eine Mobilitätswende möchten. Deswegen brauchen Sie erstens politischen Mut und politische Klugheit, den Verkehrsraum umzuverteilen. Was bedeutet das konkret? Berlin hat ja einschlägige Erfahrungen gemacht, die ich nicht weiter kommentieren möchte mit der Frage der Friedrichsstraße. In Hamburg wird gerade der Jungfernstieg, das vielleicht so ein bisschen ähnlich ist wie die Friedrichsstraße an der Alster, im Konsens umgebaut. Es gibt daran keine Kritik. Also am Anfang schon, da durfte ich mich verhauen lassen, dass ich gesagt habe, wir sperren den. Dann gab es immer noch Autofahrer, die da durchgefahren sind, als wir ihn gesperrt haben. Dann durfte ich mich dafür verhauen lassen, dass da noch Autofahrer durchfahren. Und zum Schluss war es so weit, dass die CDU in Hamburg gefordert hat, dass wir ihn noch radikaler umbauen sollen, nämlich als Fußgängerzone. Wir sagen, da dürfen noch Busse durchfahren. Und das machen wir auch mit anderen Straßen. Ich weiß nicht, wer sich in Hamburg auskennt. Die Steinstraße war mal so eine vierspurige Hauptverkehrsstraße mit 25.000 Autos. Mitten in der inneren Stadt wird umgebaut ohne Autos und ohne, dass es Kritik daran gibt. Die Reeperbahn kennen vielleicht einige. War mal eine vierspurige Hauptverkehrsstraße, hat nur noch zwei Spuren. Keine Kritik. Das heißt nicht, dass es in Hamburg keine Kritik gibt. Aber die Frage ist, wie organisieren Sie diese Themen und wo organisieren Sie diese Themen? Wenn Sie die da organisieren als erstes, sag ich mal, wo nicht so viel Fußgängerverkehr ist und man nicht so richtig nachvollziehen kann, warum man das macht, haben Sie natürlich viel mehr Widerstand, als wenn Sie das da machen, wo Sie den maximalen Fußgängerverkehr haben. Wenn Sie mit den Leuten reden und zwar den konkret betroffenen Stakeholdern und diese überzeugen, haben Sie natürlich Leute, die Sie unterstützen und nicht Leute, die Sie bekämpfen. Und deswegen sind diese Fragen sehr entscheidend, wie Sie das angehen, aber auch, dass Sie es angehen, dass Sie den Mut dazu haben, weil es nämlich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, sich in solche Veranstaltungen zu stellen, die so groß sind wie diese hier. Aber alle Leute haben erst mal, ich sag mal, Fragen, sondern man muss dann schon auch das tatsächlich wollen. Und wir brauchen, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich machen möchte, dafür dann auch einen anderen Handlungsrahmen. Das ist übersetzt das Thema Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung. Ich glaube, weil das Straßenverkehrsgesetz ist ja im Bundesrat erst mal gescheitert, ich glaube, dass es sehr leicht wäre, dieses Straßenverkehrsgesetz in Deutschland zu ein, sodass alle Bundesländer zustimmen. Es kommt nur darauf an, dass der Bundesverkehrsminister an dieser Stelle behandelt, dann würden wir an der Stelle auch weiterkommen, weil wir brauchen diese Veränderungen, um am Ende die Rechtssicherheit zu gelangen, um tatsächlich mehr von diesen Themen auch umzusetzen, auch in einer größeren Geschwindigkeit. Und da habe ich über das Thema Parkraumbewirtschaftung und das Thema Busspuren und das Thema Fußgängerverkehr noch gar nicht geredet. Und auch das steckt da überall drin. Auch da brauchen die Kommunen einfach mehr Handlungssicherheit und mehr Handlungsrahmen. Und das ist vielleicht der letzte Punkt. Dann ist es in Deutschland auch so, dass ja wenige Entscheidungen so kommunal sind, wie die Frage zum Beispiel, wo richte ich eine Tempo-30-Zone ein oder wo baue ich einen Radweg? Also ich meine, was sollen Kommunen entscheiden, wenn nicht das? Und da hat eine Stadt wie Freiburg einfach ein ganz anderes Ambitionsniveau als eine Stadt, die ich jetzt nicht nenne, aber sie können sich ungefähr vorstellen. Und deswegen ist das wichtig, dass den Städten, die auch Lust haben voranzugehen, dieser Handlungsrahmen und diese Möglichkeiten auch gegeben wird. Und dann werden wir in diesem Land schon ein großer Schritt weiter. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.